Die Reaktionen auf die Urteile im sogenannten Staatsverweigererprozess sind durchaus geteilt. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs hat es in Österreich keine Verurteilung wegen Hochverrats gegeben. Hohe Haftstrafen von 14 bzw. 10 Jahren für die Hauptangeklagten werden von Beobachtern als außergewöhnlich bezeichnet, auch wenn die Urteile nicht rechtskräftig sind, Helmut Schöffmann berichtet. 20. April 2017. Nach monatelangen Ermittlungen gegen Mitglieder des sogenannten Staatenbund Österreich kommt es zu bundesweiten Hausdurchsuchungen. Mehrere Personen werden verhaftet. Einen Tag später versammeln sich Sympathisanten vor dem Grazer Straflandesgericht, angeblich um einen Völkerrechtsgerichtstag gegen den Grazer Bürgermeister, gegen Richter und Bankangestellte abzuhalten. Wir haben einen Staat, einen echten, legitimen Staat nach Völkerrecht. Und wenn man ein Gesetz einführen würde, dass man uns einsperrt, dann muss man sich erst einmal auf das Völkerrecht begeben. Im Straflandesgericht werden unterdessen 24 Personen in U-Haft genommen. Eineinhalb Jahre später, im Oktober 2018, beginnt gegen 14 Personen der Prozess. Die Hauptangeklagte erklärt, wir sind ein souveräner Staat. Sie soll ihren Anhängern selbstgemachte Zulassungsscheine, Gewerbescheine und Grundbuchurkunden verkauft haben. Man müsse dann in Zukunft keine Steuern, Behörden, Strafen oder Rechnungen mehr bezahlen. Man sei ja in einem eigenen Rechtskreis. Spinnerei oder gefährliche Handlungen? Die Geschworenen entscheiden sich beim gestrigen Urteil ganz klar für Zweiteres. Die Psychologin und Sektenexpertin in der gestrigen ZIP 2 auf die Frage, worin bestehe die Gefahr, die von Anhängern der Staatenbund-Idee ausgehe. Zum einen haben sie viele Menschen von ihrer Idee überzeugt. Haben die auch davon überzeugt, dass sie zum Beispiel Behördenbriefe ignorieren. Dass sie sowas wie eine soziale Selbstzerstörung eigentlich initiieren und haben dabei Einzelpersonen, die ihnen so nachgefolgt sind, die mit ganz viel Naivität diesen Versprechungen geglaubt haben, dass sie schuldenfrei werden, dass sie ganz viel Geld bekommen. Also da sind viele auch wirklich ins Unglück gestürzt worden. Experten schätzen die Zahl der Staatenbund-Mitglieder oder zumindest engen Sympathisanten auf zwei bis zweieinhalb Tausend. Menschen, die Staat und Behörden ablehnen und die kurzerhand ihr eigenes Recht begründen. Da merkt man sozusagen, dass die Menschen sich abschotten wollen von diesen demokratischen Werten, diesen liberalen Werten und auch zurückkehren wollen in einen sehr autoritären Staat, einen Staat, den sie sich selber schaffen, den sie sozusagen sich auch unterordnen und dort auch, ob das religiös motiviert ist oder sozusagen so wie bei den Staatsverweigerern, eine eigene Thematik aufmacht, dort mit Mitteln der Gewalt, Mitteln der Einschüchterung und mit Verbindungen in großen Menschenmengen dies machbar zu machen. Die Gerichtssprecherin betont, dass Geschworene, also Menschen wie du und ich, das gestrige Urteil gefehlt haben und dass allein schon der Prozess offenbar seine Wirkung getan hat. Insofern ist das, dass wir am Anfang des Prozesses, beim Prozessbeginn, sehr viele Zuschauer hatten, auch sehr viele Sympathisanten der Gruppe Staatenbund Österreich. Das hat sich dann im Laufe der Prozestage, auch aufgrund der Tatsache, dass dann teilweise Zuschauer als Zeugen einvernommen wurden, reduziert. Und am letzten Verhandlungstag, das hat man selber gesehen, waren eigentlich nur mehr die Presse im Raum und auch nicht einmal mehr Angehörige der Angeklagten. Der letzte Prozestag war aber nicht das Ende der Angelegenheit. Nichtigkeitsbeschwerden sind eingebracht. Man kann davon ausgehen, dass sich der oberste Gerichtshof mit dem Thema Staatsverweigerer befassen wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017